Der Wandel der Versicherungsbranche durch die digitale Transformation ist eine Chance für den Kunden, aber auch eine Chance für uns. Einfach, schnell und smart. Besonders zur Geltung kommt da unsere Telematik-App, mit denen die Autoversicherungen das Fahrverhalten ihrer Kunden messen können. Wir geben einen Vertrauensvorschuss dem Kunden gegenüber. Wenn du die Lösung von uns annimmst, dann kriegst du eine bessere Einstufung, die 20 Prozentpunkte besser ist als die normale. Speziell für junge Fahrer haben wir sie auch eingeführt. Die App zeichnet auf, wie die Leute bremsen, beschleunigen oder ob sie während der Fahrt am Handy rumspielen. Wir brauchen kein anderes Device, wir brauchen keine Box. Der Kunde hat das Smartphone dabei. Diese Daten werden übertragen auf unserem Telematik-Server und von uns ausgewertet. Das ist die Hauptleistung, die Vodafone hier erbringt, diese Rohdaten in aussagekräftige Risikoscores umzuwandeln. Dafür benutzen wir die Machine Learning-Technologie. Wir Menschen gehen als Individuen durchs Leben. Durch die digitale Transformation können Versicherer ihren Kunden maßgeschneiderte Angebote machen. Und da ist Vodafone auch der richtige Partner, weil hier ein Maß an Qualität und Überblick über das Marktgeschehen gegeben ist. Aber auch, weil die Telematik-Lösung, die Vodafone hier anbietet, auf dem Markt nichts Vergleichbares gegenübersteht. Das ist die Möglichkeit, die Vodafone hier anbietet, auf dem Markt geschehen. Das ist die Möglichkeit, die Vodafone hier anbietet, auf dem Markt geschehen. Das ist die Möglichkeit, die Vodafone hier anbietet. 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 Vielen Dank.